... eure Frau B-I-E-S-T Wie ist das falsch? Die korrekte Schreibweise von Frau ist F-M-A Als ob du ne Ahnung davon hast Uh, ich bin wieder zu Hause Oh Wenn du nicht brav spielen kannst, dann muss ich dir dein Spielzeug wieder wegnehmen Ich habe eine Überraschung für dich Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, von wegen heiraten und so Ja? Eine Familie zu gründen ist eine schöne Idee Babe, das ist klasse, du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich Ich werde dich behandeln, nie eine Prinzessin Was ist das? Deine Braut Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann Oh, Chucky, sie ist bildschön Du bist so gut wie tot Herzlichen Glückwunsch, Chucky Sicher wollt ihr zwei Hübschen jetzt ein bisschen allein sein Obwohl es noch immer keine Spur im Mordfall Officer Bob Bailey gibt Deuten Hinweise darauf, dass sein Tod mit einem weiteren Opfer in Verbindung stehen könnte Die Leiche von Damien Bailock wurde heute Nachmittag aus dem East River gezogen Detective Preston, besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Morden? Ja, vermutlich Ist es das Werk eines Serienkillers? So habe ich das nicht gesagt Schon möglich Nein, Sir, das ist richtig, aber was können Sie uns über die beiden Morde sagen? Gar nichts Ich kann nur sagen, dass das hier früher eine ruhige, friedliche Gemeinde war Oh Gott, sie lebt! Sie lebt! Die Braut von Frankenstein Ich verspreche, ihn zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet Na, das will ich doch hoffen Sie hasst mich Sie hasst mich Was ist die Braut von Frankenstein Der Braut von Frankenstein Adé, du Edamballa. Verleih mir die Kraft, ich flehe dich an. Lévons, Mercier, Dubois, Chalos et Soixantian. Me poids de mort, Adé, Dué, Edamballa, erwache! Erwache! Dämliche Coup! Dämliche Coupes Dämliche Coupes Das war's, dass du mir abgeholt hast.